Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Endgame Und wir werden schon wieder Endgame Und wir werden schon wieder die gleiche Sache Und wir spielen das Vampirgel Weil es ist toll Du bist umgespielt Und wir haben keinen Sky Weil es ist Tickchen weggepackt So, ähm, ja, heute geht es mal wieder um ein Thema Und zwar um das Thema YouTubey Aber nicht an sich, sondern um meinen Kanal Oder wie ich YouTube weitermachen will, darum geht es So könnte ich es ausdrücken Und zwar habe ich ein großes Problem Und zwar habe ich einen schlechten Upload Und auch schlechtes Internet Und, ja, deswegen dauert es halt immer 300 Minuten Jetzt mal so gesagt Bis ich ein Video uploaden kann Also das dauert halt 300 Minuten Und dann ist halt 300 Minuten im ganzen Haus das Internet schlecht Äh, und das ist halt echt nögerfähig Deswegen würde ich mal gucken, wie es ist Äh, die Sachen über Nacht vielleicht hochzahlen Aber dann ist halt wieder der Laptop so 24-7 an Ist halt auch viel nicht so nice Dann... So könnte man natürlich ausprobieren Keine Ahnung Mal ein neues Projekt zu machen Das würde aber auch wieder, ähm, so sein Ich bräuchte erstmal einen eigenen Server und so Und ich habe nicht wirklich die Möglichkeit dazu Natürlich habe ich schon die Möglichkeit Aber ich bin da ein bisschen zu... Ja doch Faul ist ein Punkt Aber es ist... Ich weiß auch nicht wirklich, wie es genau geht Und das Tutorials finde ich auch immer so... Und die Tutorials finde ich auch immer so kompliziert Deswegen... Ich denke, ich belasse es einfach bei einem Endlegance-Kanal Und mache halt bei Challenges mit, wo man ein Video aufnehmen muss Deswegen würde ich auch immer YouTube machen Damit ich auch bei solchen komischen Challenges mitmachen kann Weil man ja immer alles aufnehmen musste Genau Dann... Ja... Das war's dazu Jetzt spiele ich noch eine Runde Vampir Weil's... Töfte ist Und... Ja... Das war's Vielleicht... Weil ich hier irgendwie... Auch Vorschläge für Spielmodel in die Kommentare schreiben Das würde ich dann... Vielleicht auch mal machen Weil so... Wenn ein deutsches Spiel Modi sehen würde Ist das ganz gut Wenn ihr ein bestimmtes Videotyp sehen wollt Also einen bestimmten Videotyp Das wäre wahrscheinlich schon wieder etwas schwieriger Weil ich erstmal gucken muss, ob ich das kann Und ich werde wahrscheinlich schon wieder getimeoutet Aber es war eh nur ein Infovideo Und ihr seht jetzt mal Wie ich wieder leiden muss hier Na gut... Dann bis bei dir villager Dann bis bei dir villager Dann bis bei dir villager Dann bis bei dir